Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Einzelwerte-Sektion der Formations-Trader. Am Mittwoch, dem 8. April 2015, erlauben Sie mir, bevor wir gleich gemeinsam auf den DAX schauen, dass wir noch einen Blick werfen auf Capital Stage, der letzte verbliebene Mohikaner auf der Trägerliste in unserer Einzelwerte-Sektion. Wir haben ja noch Positionen in der Rohstoff-Sektion auf der bullischen Seite am laufenden Einzelwerte-Sektion hatten wir in den letzten Wochen und Monaten diverse Aktien, die wir in diesem starken Trend, die wir hatten auf der bullischen Seite getradet haben. Die sind mittlerweile im Plus ausgestoppt worden. Wir haben noch Capital Stage am Laufen. Was hatten wir hier getradet? Wir hatten hier diesen dynamischen Ausbruch mit extrem viel Volumen. Dann ist der Markt in eine Konsolidierung übergegangen, wobei die Konsolidierung sich so darstellte, dass wir immer höhere Tiefs gemacht haben und gleichzeitig gleiche Hochs, also ein aufsteigendes Dreieck im Bereich einer psychologischen Marke bei 5 Euro. Die wurde dann bullisch aufgelöst, wir haben dann darauf aufgesetzt und dann hatten wir gesagt, große Unterstützung nach unserem Dafürhalten, haben es auf der bullischen Seite getradet und das ist eine Fortsetzung ähnlich wie hier, wahrscheinlicher erscheint. Das haben wir dann auch bekommen. Unsere Zielzone war 6 Euro, haben wir einen Teilgewinn realisiert, Stop-Loss angepasst und gesagt, mal gucken. Vielleicht macht er ja so wie hier wieder eine Seitenwärts-Konsolidierung, die dann bullisch fortgesetzt wird und das ist dann auch in den letzten Tagen passiert. Entscheidend ist aber auch, wir laufen jetzt nicht mehr ganz so dynamisch, so wie hier oder hier und auch nicht mehr mit ganz so viel Volumen, doch wir machen die Fortsetzung. Wir sind längst oberhalb unserer Zielzone und wir passen jetzt erneut den Stop-Loss an und machen den jetzt enger, nachdem wir oberhalb unserer Zielzone mittlerweile angekommen sind. Eine Sache vielleicht aus edukativer Sicht für Sie. Es gibt Untersuchungen, wonach deutlich wird, dass wir Menschen, wenn es um finanzielle Entscheidungen geht, immer wieder in Anführungszeichen falsche Entscheidungen treffen. Denn unser Gehirn arbeitet so, dass alles in Relation gesetzt wird. Es gibt eine Studie, da hat man die Teilnehmer gefragt, was wollt ihr lieber? Wollt ihr 100 Dollar Cash auf die Hand, auf der Stelle oder lieber 110 Dollar in einer Woche? Und die meisten Teilnehmer haben gesagt, 100 Dollar jetzt. Obwohl 10 Dollar in einer Woche, also 10% Dividende in einer Woche, ich weiß gar nicht, wie viele 100% das im Jahr dann wären, eine sehr, sehr gute Rendite wäre, denken die meisten Menschen, Moment, jetzt gerade habe ich nichts. Wenn ich auf der Stelle 100 Dollar kriege, ist die Differenz zwischen 0 und 100 ziemlich groß. Aber die Differenz zwischen 100 und 110 ist nicht so groß. Dann nehme ich lieber die 100 Dollar jetzt. Warum ich Ihnen das erzähle ist, viele Kleinanleger, unerfahrene Trader machen das so, dass sie sagen, ach Mensch, das ist ja in meine Richtung gelaufen, das reicht mir, das nehme ich mit. Also die 100 Dollar im übertragenen Sinne nehme ich mit. Denn beim Traden ist es ja auch nicht so, dass du dann definitiv noch mehr bekommst, sondern du musst auch bereit sein, am Ende sogar ein bisschen weniger zu haben, also deinen Stop-Loss anzupassen. Bedeutet, wenn wir jetzt bei dieser Studie blieben, wir zu 100 Dollar jetzt oder in einer Woche entweder 110 Dollar oder vielleicht auch nur 95 Dollar, auch dann würde man eigentlich eher sagen müssen, ich nehme lieber die 110 Dollar, weil das vom Chancen-Risiko-Verhältnis positiv ist, würden das die meisten Menschen nicht machen. Deswegen macht man es auch beim Traden nicht. Das ist aber was, was aber ganz wichtig ist beim Traden, dass man diese, diese Möglichkeit sich einräumt, ohne dass man die gesamte Bewegung dann wieder aufgeben möchte. Entweder lassen die Kleinanleger ihren Stop-Loss da ganz unten, weil das wird jetzt super mega Traden, dann kommt er möglicherweise ganz zurück und die ganzen Gewinne sind weg oder man, erlauben sie mit seinen Ausdruck, man killt gleich die Position. Und genau darauf kommt es nämlich an, dass man sich immer wieder die Chance gibt, dass die Position weiter in deine Richtung läuft. Der Grund, warum es viele Menschen nicht machen, erstens, weil die nicht wissen, wie die Natur unseres Gehirns arbeitet und zweitens, weil sie keine Systematik kennen, wie sie ihr Stop-Loss anpassen können, wie ihre Position gemanagt werden kann, ganz unabhängig davon, dass man weiß, wie kann ich eigentlich hier diese Punkte miteinander verbinden. Die verbindet man nicht nach Gusto miteinander, sondern es gibt eine klare Systematik dahinter. Genauso wie es eine Systematik dahinter gibt, wenn man einen Einstieg sich sucht und so weiter und so fort. Und wenn Sie sagen, das würde ich gerne lernen, dieses Formations-Trading-System möchte ich gerne erlernen, möchte auch gerne danach begleitet werden, sind Sie herzlich eingeladen, unserem Mentor-Programm teilzunehmen. Im Monat Juni, unser Mentor-Programm im Monat Mai war innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Wir arbeiten ja in Kleingruppen und da sind einige nicht reingekommen und weil wir erst wieder im September ein Ausbildungsprogramm anbieten wollen, haben wir gesagt, okay, dann machen wir im Monat Juni nochmal ein Ausbildungsprogramm. Sind Sie herzlich eingeladen, sich darüber zu informieren. Einige Plätze sind bereits belegt. Wir haben noch offene Plätze. Sind Sie herzlich eingeladen, sich darüber zu informieren, wenn Sie daran Interesse haben. Wenn wir auf den DAX schauen, hier hält sich nach wie vor das Verhältnis zwischen Bullen und Bären die Waage. Wir gucken gleich auf den DAX. Ich will Ihnen nur eine Sache zeigen, warum sich das hier so die Waage hält. Erinnern Sie sich, wir hatten letzte Woche auf die Automobilindustrie geguckt und haben gesagt, in diesem Sektor hatten wir sehr dynamische Ausbrüche und das war auch der MIT ein tragender Faktor, warum der DAX, der MDAX, der SDAX so stark gelaufen ist. Allerdings, wenn man es z.B. bei BMW sieht, wir waren hier im Bereich einer signifikanten Widerstandsmarke angekommen, auch über die Woche und dann haben wir hier mit Volumen einen Ausverkauf gesehen. Und dann hatten wir miteinander darüber gesprochen, dass es eher schwierig werden sollte, für die Automobilwerte jetzt diese Dynamik fortzusetzen. Und entweder würden andere Sektoren jetzt im Sinne einer Sektorrelation anfangen, sehr bullisch zu werden und diese Schwäche, die wir jetzt bei den Automobilwerten erwarten dürfen, ausgleichen oder noch mehr Stärke reinzubringen, sodass der DAX weiterlaufen kann oder der DAX wird es schwer haben. Die Automobilindustrie gestern, trotz des positiven Tagesunterdruck, heute BMW minus 2%, Daimler glaube ich aktuell minus 1,7%. Auf der anderen Seite sind die Versorger jetzt gestern stark gewesen, auch heute Vormittag waren sie noch stark oder die Bankenwerte sind stark und deswegen hält sich der DAX aktuell beim DAX die Waage. Wenn wir nochmal ganz kurz hier bei BMW bleiben, entscheidend ist, wir hatten hier eine trendbegrenzende Linie seit 2013, schauen Sie sich das an, das war Widerstand, Widerstand, Widerstand und so weiter und so fort durchgegangen, Unterstützung gefunden, großer Bounce, Unterstützung gefunden, kleinerer Bounce, so jetzt ist die Frage, finden wir hier Unterstützung, kommt richtig viel Volumen rein, bilden wir eine Art Trendumkehr und dann hat der Markt Potenzial nochmal nach oben zu laufen oder kleinerer Bounce bleibt liegen und irgendwann fallen wir durch. Das ist die entscheidende Frage, wenn er jetzt sofort durchfühle, wäre es für mich nicht so interessant, weil es dann interessant wird, wenn der Markt so wie hier, testet, 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 testet und dann durchgeht und dann nochmal, ah ja, okay, also der Markt schenkt ihm wirklich Beachtung und deswegen wäre das hier für mich sehr interessant, was hier an dieser Unterstützungszone passiert. Falls der Markt diese Unterstützung bärisch aufgibt, dann wären die nächsten Zonen im Bereich der 100 Euro übergeordnet gesprochen. Wichtig ist, diese Kerze, was mit Volumen abverkauft worden ist, ähnlich auch bei Daimler, wenn man sich die Daimler AG anschaut, auch hier mit Volumen abverkauft worden, dann hatten wir gesagt, hm, schwer, wo kommt er hin? In Richtung einer sehr wichtigen Unterstützung, was ehemals wieder stand, durchgegangen, testet es immer wieder, macht eine Fortsetzung und hier Unterstützung macht einen Bounce. Jetzt ein kleinerer Bounce, die Frage ist, was passiert hier? Wir haben über die Stunde, schauen Sie sich das an, hier eine Art Trendkanal, bullisch aufgelöst worden, wieder reingefallen, so ein bisschen wie beim DAX und wenn wir das bärisch auflösen sollten, dann bin ich jetzt nicht dabei zu sagen, okay, dann kommen wir hier definitiv in Richtung 76 oder möglicherweise 70, sondern dann ist wieder hier diese horizontale wichtige Zone bei 82, 50 aktiviert worden. Deswegen wäre das auch nichts, was ich hier dann nochmal auf der bärischen Seite so ganz kurzfristig traden wollen würde, sondern entscheidend ist diese Zone und wenn die nicht gehalten werden kann, dann hat der Markt Potenzial in Richtung 76 zu laufen. Das ist so die trendbegrenzende Linie, die seit 2014 valide gewesen ist. Es bleibt dabei, Automobilwerte sind gerade nicht stark, andere Sektoren zeigen sich stärker, entsprechend läuft der DAX hier seitwärts und vor allen Dingen, schauen Sie sich das mal an, 1, 2, 3, 4, 5, das ist der sechste Handelstag, wir haben gerade mal eine Range von 200 Punkten, da ist ja auch kein Trend drin, sondern steigt, fällt, geht nochmal hoch oder fällt nochmal, geht nochmal hoch, wird abverkauft, geht nochmal hoch, das ist fast nicht zu traden. Das Einzige, was du hier machen kannst, ist innerhalb der ganz kleinen Zeitanhalt, wenn du damit auskennst, ansonsten verliert man hier sehr viel Geld. Und deswegen, weil hier kein Trend da ist, müssen wir uns das einmal über die Stunde anschauen. Es bleibt hier auch bei der gleichen Aussage, was wir die letzten Tage getätigt haben. Wir haben beginnend eine Widerstandszone bei 12.125 bis 30, da sind wir gestern dran gescheitert, kommen wieder zurück, bleiben aktuell in der Zeit, in dieser Zone. Wenn wir diese Widerstandszone aus dem Weg räumen, nächster Widerstand allzeit hoch, 12.210, wenn das per Stundenschlusskurs nachhaltig, gerne bitte nicht um die Eröffnungszeit bei den US-Amerikanern überwunden worden ist, dann hat der Markt Potenzial, Potenzial in Richtung 12.400 zu laufen. Man muss wissen, dass wir in einen Widerstand hineinlaufen, weil hier die obere Begrenzung dieses Trendkanals, was seit zwei Monaten valide ist, auf uns wartet. Plus über die Woche, das würde ich Ihnen jetzt nicht nochmal sagen, weil ich es in den letzten Tagen immer wieder gezeigt habe, über die Woche haben wir hier im Bereich von 12.300 bis 12.400 Widerstandslinien, die seit 2009 valide sind. Und deswegen, wer das hier auf der bullischen Seite tätet, nach meinem Dafürhalten, muss wissen, tätet in einen Widerstand hinein und muss es mit einem engeren Stop-Loss tun. Auf der bärischen Seite, muss man folgendes sagen, falls der Markt hier scheitert und zurückkommt in eine Art Doppeltop, in ganz kurzfristigem Zeitfenster bildet, mit der Nackenlinie hier im Bereich von 11.870, dann wären wir auch unterhalb der 20-Tage-Linie, die ist nämlich bei 11.934 meine ich, dann hätten wir auch die Aufsteiger in der Trendlinie, unseres Trendkanals valide seit auch zwei Monaten. Berührung, 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 erinnern Sie sich, wir hatten gesagt, lange Zeit nicht berührt worden, deswegen bei uns wahrscheinlicher. Wenn wir hier hinkommen und diese Trendlinie brechen, unter dieses T-Fallen, unter die 200-Stunden-Linie fallen, damit auch unterhalb der 20-Tage-Linie sind, dann ist eher wahrscheinlich, dass wir hier an diese Unterstützung ranlaufen bei 11.640 bis 11.600 Gegenbewegung und dann sogar 11.500 bis 11.450 wahrscheinlicher. Dafür muss das aber erstmal bärisch aufgelöst worden sein. Das bleibt die präferierte Variante, ohne dass wir dafür eine Formation haben und es bleibt deswegen die präferierte Variante, weil hier oben auch über die Woche sehr viel Widerstand auf uns wartet und wir hier in dieser Bewegung deutlich mehr Volumen gesehen haben, als das, was wir hier in Richtung der Bullischen Bewegung gesehen haben. Es gibt aber kein Setup und deswegen ist es auch nichts, was ich hier gerade auf der einen oder anderen Seite traden wollen würde. Es bleibt auch bei der Aussage, dass die Momentausbrüche nicht so gut funktionieren, weder auf der bärischen noch auf der bullischen. Ich könnte jetzt einige Beispiele zeigen, wo dann eine bärische Formation bärisch aufgelöst wird und der Markt kommt dann wieder zurück oder eine Formation wird bullisch aufgelöst und fällt dann wieder in die Formation zurück. Es ist eine gute Zeit, um sich zurückzuhalten und in dem Zusammenhang, erlauben Sie mir Ihnen noch eine Sache zu zeigen, der FUZI, also der Index aus Großbritannien, FTSE, verzeihen Sie, ich habe es klar, FTSE 100, da haben wir es. Also, wenn wir uns das, ich will es Ihnen im Monatschart zeigen, da sieht man es nämlich besonders, oh ne, nicht zwei Monate, ein Monat. So, schauen Sie sich das an, wir haben hier einen Widerstand bei der Runden 7000er Marke. Widerstand gescheitert, Widerstand gescheitert, jetzt wieder am Widerstand. Ist dran, ist dran, ist dran, ist dran, wird weggestoßen und ist wieder dran und wir hatten, wenn wir uns das, es ist immer noch zwei Monate, verzeihen Sie, so sieht man es besser, aber es ist der gleiche Chart. Wenn wir uns das jetzt auf Wochenchartbasis anschauen, schauen Sie sich das an, wir hatten diesen Widerstand aus dem Weg geräumt. Allerdings, in einer Phase, wo der S&P 500 am Widerstand war und der Markt geraume Zeit gelaufen war, plus wir haben hier diese trendbegrenzende Linie über die Woche, die ich normalerweise als untergeordnet betrachten würde, aber nicht, wenn der Gesamtmarkt am Widerstand ist und deswegen hatten wir gesagt, entweder schafft er einen höheren Schlusskurs über die Woche, ansonsten würde ich das nicht täten. Hatte ich Ihnen den auch gar nicht gezeigt, wollte ich zeigen, habe ich nicht dran gedacht und genau das war auch richtig. Da sieht man wieder, Ausbrüche funktionieren momentan nicht so gut. Schafft es hier der Index, diesen Widerstand, diesen Wochenschluss nochmal zu überbieten auf Schlusskursbasis, dann haben wir richtig Potenzial für eine größere bullische Bewegung in Richtung 7500 und möglicherweise darüber hinaus und so lange üben wir uns in Zurückhaltung. Das zeige ich Ihnen nur nochmal, um zu verdeutlichen, dass aktuell die Ausbrüche nicht ganz so gut funktionieren. Wenn wir mit dem Wissen, dass heute Abend 20.30 Uhr, 20 Uhr FED-Protokoll zu erwarten haben und falls der Markt, was auch immer die FED sagt, dann unter Druck kommen sollte, würde mich immer noch IYT, Transportation Average ETF des Dow Jones Index interessieren, weil wir hier eine mehrfache Unterstützung bärisch aufgegeben haben. Wir machen Retails, wenn der Markt unter Druck kommt, dann hätten wir Potenzial in Richtung 150, vielleicht 149 zu laufen. Das wäre aber auch wirklich kurzfristig interessant, auf der bärischen Seite hier etwas zu traden. Und denken Sie bitte, last but not least, daran, dass, man glaubt es gar nicht, die Quartalsaison bei den US-Amerikanern wieder beginnt. Traditionell beginnt Alcoa nachbürstlich mit den Zahlen und in den kommenden Wochen kommen dann die weiteren großen Player im Markt und bringen ihre Quartalsergebnisse. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte es nicht versäumen, Ihnen gesagt zu haben, wir haben heute noch eine Ausgabe zu den US-Amerikanischen Indizes für Sie. Heute Abend haben wir die Rohstoff-Tagesausgabe und ganz zum Schluss, am späten Abend, wird dann Tom für Sie da sein mit einer neuen Ausgabe zu den Forexes. Mein Name ist Hamad Asnashari und ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.